Der Weihnachtsbäcker Weihnachtsbäck, der Herr Konrad ist auch hier gekommen. Schön, dass er den Weg zu uns gefunden hat. Kommt ja mal her nochmal. Ich wünsche viel Vergnüßung auf dem Weihnachtsmack von uns alles von allen Landbrauen. Moment, Moment. Eine Currywurst, zwei Pommes, eine Currywurst mit Pommes. Ja, einmal Currywurst mit Pommes. So, Pommes in der Hand, Currywurst und Kraftwurst. Wollen wir den Fett? Ja, danke. Ich kann schon mal Akku sehen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht.